Heute zeige ich euch wie ein TNT meiner baut. Dafür platziert ihr einen Block ein bisschen über der Erde. Nicht allzu hoch, weil sonst kommt ihr nicht an die Diamanten. Dann platziert ihr darauf einen Hebel, davor einen Pisten und in die Richtung einen Beobachter und in die Richtung einen Beobachter. Hier auch einen Pisten dran und dann diesen Hebel bewegen. Dann drei Schleims hier ran, eine Mauer und noch drei Schleims. Hier macht ihr eine Koralle dran und hier TNT. Dann platziert ihr hier eine Schiene und hier eine Lore und ihr seid fertig. So könnt ihr euch easy auf die Höhe 12 leveln und Dias finden.